Ciao a tutti und willkommen zu einer neuen Ausgabe hier aus Venedig von der Kunstbiennale 2024 und wir machen heute eine Tour durch die nationalen Pavilions, die in der Altstadt untergebracht sind. Wenn Venedig ruft, kommt die ganze Welt der Kunst. Das Motto der 60. Internationalen Kunstbiennale von Venedig lautet Stranieri ovunque, foreigners everywhere. Kuratiert hat die diesjährige Kunstbiennale der Brasilianer Adriano Pedrosa. Das Schillernde und Bunte der sogenannten Dritten Welt ist überall in der Stadt zu sehen. Parks verwandeln sich in Freiluftpavillons. Das Thema Krieg ist natürlich allgegenwärtig. An der venezianischen Kunstschau beteiligen sich insgesamt 88 Länder. Nicht nur in den historischen Pavillons, in den Giardini und im Arsenale, sondern auch in den vielen Palazzi der Altstadt Venedigs. Die weltgrößte Kunstschau setzt auch ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Biennale d'Arte Moderna 2024 versteht sich ausdrücklich als ein Forum für junge Künstler. In einer einzigartigen Kulisse und mit vielen bekannten und neuen Kunstformen. Auch dieser französische Beitrag geht neue Wege. Auf einer Luxusjacht werden die vielen Facetten des Mittelmeeres präsentiert. Mit seinen Menschen, Bildern und Geräuschen. Sehenswert ist auch der Pavillon des Oman. Eine künstlerisch sehr gelungene Symbiose zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Biennale lenkt auch ein besonderes Auge auf die Produktion der queeren Künstler. Hier gibt es beispielsweise eine legendäre Fotoretrospektive von Peter Houger zu sehen. Er gehörte zu den Protagonisten der amerikanischen Schwulen- und Lesbenbewegung und fing mit seiner Kamera flüchtige Momente zwischen Leben und Tod ein. Berühmt ist sein Porträt von Susan Sontag. Ein Augenmerk gilt auch der Außenseiterrolle der Künstler. Gerade sie sind die stillen Protagonisten der sogenannten Volks- und Populärkunst. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Der historische Kern der Schau zeigt auch Werke aus dem 20. Jahrhundert. Wie hier in der Prokuratia Vecchia am Markusplatz. Die Stiftung der Generali-Versicherung zeigt eine Retrospektive des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers Robert Indiana. Bekannt wurde Indiana durch seine plakativen Zeichenbilder. Essen, Tod und Liebe. Diese Motive hat Indiana immer wieder variiert. Erschreckend, überzeugend und beeindruckt ist die ausgestellte Kunst im Palazzo Contarini Polignac am Canal Grande in der Nähe der Academia Brücke. Wie kaum in einem anderen Palazzo Contarini wird hier der Ukraine-Krieg thematisiert. Das Motto der Ausstellung, die die Victor Pinchuk Foundation verantwortet, lautet Den Traumwagen in einer Welt ständiger Angst. Überall herrscht jedoch Krieg, Tod und Zerstörung vor. Die Rosen des Friedens Haben es in dieser trostlosen Welt jedoch schwer, überhaupt Wurzeln zu schlagen. Vergesst bitte nicht unseren Kanal zu abonnieren, falls es euch gefällt und vergesst auch nicht unsere Post zu kommentieren. Und damit, arrivederci alla prossima.